Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 27. Dezember mit Mario Ahlt. Schönen guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Das große Thema über die Weihnachtstage und natürlich auch heute ist die Hochwasserlage in unserer Stadt. Die entspannt sich aber so langsam. Der Pegel der Ruhr in Hattingen, der für uns in Essen wichtig ist, liegt am Mittwochabend bei 5,67 Meter. Die Feuerwehr musste über die Feiertage einige Male ausrücken. Nadine Müller aus der Radio-Essen-Nachrichtenredaktion. Wie viele Feuerwehreinsätze gab es denn? Das Hochwasser und der steigende Grundwasserspiegel sorgten seit Freitag für 24 Einsätze bei der Feuerwehr. Sie musste zum Beispiel an der Grünkampstraße in Werden einen Keller leer pumpen und an der Kupferdreherstraße in Steele drückte Wasser gegen eine Hauswand. Nicht nur Wasser machte Probleme, auch der stürmische Wind. Der wehte am ersten und zweiten Weihnachtstag dicke Äste auf einige Straßen, zum Beispiel auf die Dala-Höhe in Werden und auf die Schuldstraße in Huttrop. Die musste die Feuerwehr dann zur Seite räumen. Insgesamt sei die Lage aber recht entspannt geblieben, sagt ein Feuerwehrsprecher. Schließlich seien die Einsatzkräfte gut vorbereitet gewesen. Da es aktuell weniger regnet, können so langsam auch die Schäden angeschaut werden. Wie schon bei der Flutkatastrophe vor zwei Jahren hat es das Freibad in Steele getroffen. Das sollte eigentlich nächste Saison wieder öffnen. Die Vereinsvorsitzende von Steele 11, Hannelore Rottmann, kann die Schäden noch nicht abschätzen. Sie schaut sich immer wieder Drohnenbilder des Freibads an und ist frustriert. Das ist grausam. Also die Bilder sehen wir ja öfter, aber in diesem Aus war es überhaupt nicht. So breit wie die Ruhr sich macht, gibt es gar nicht. Nach Angaben des Ruhrverbands fiel im Ruhrgebiet in fünf Tagen so viel Regen wie sonst im ganzen Dezember. Die Pegelstände werden in den nächsten Tagen aber auch etwas langsamer sinken, da ebenfalls Wasser aus den Talsperren abgelassen wird, um weiteren Regen vorzubeugen. Alle Infos und aktuelle Fotos findet ihr online auf radioessen.de. Wegen des Hochwassers gibt es einige Straßensperrungen, aber auch die Sperrung der A42 sorgt seit Tagen für lange Staus und genervte Autofahrer hier bei uns in Essen. Deswegen hatten die Städte Essen und Bottrop die Verkehrsminister von Bund und Land eingeladen, um über die Situation zu sprechen. NRW-Verkehrsminister Krischer hat jetzt reagiert und zu einer Sondersitzung des Landtages in Düsseldorf eingeladen. In drei Wochen, am 17. Januar, sollen da auch Vertreter des Bundesverkehrsministeriums und der Autobahn GmbH kommen. Die sind nämlich für die A42 zuständig. Straßen NRW soll über die Belastung der Umleitungsstrecken informieren, die Stadt Essen darf von ihrer Situation berichten. Die A42 wird wahrscheinlich noch bis zum Frühling gesperrt bleiben, weil die marode Brücke über dem Rhein-Herne-Kanal genauer untersucht werden muss. Und wenn wir schon mal dabei sind, die Ruhrtalstraße in Werden ist aktuell zwischen dem Schürweg und der Graf-Zeppelin-Straße voll gesperrt. Grund ist ein großes Loch im Boden. Da ist ein Betonrohr geplatzt, durch das Fäkalienfließen. Wie lange die Reparatur dauert, ist noch unklar. Wahrscheinlich wird es sich aber bis Anfang nächsten Jahres ziehen. Anwohner können aber weiterhin zu ihren Häusern. Und jetzt weg von den Straßen hin zu einer guten Sache. Boxen für den guten Zweck. Im November gab es in der Weststadthalle hier bei uns in Essen eine Boxgala. Jetzt wurden die Spendengelder verteilt. 1.000 Euro gehen an unsere Aktion Lichtblicke und unterstützen Kinder und Familien in NRW in Not. 2.000 Euro bekommt das Babyfenster des SKF in Huttrop. Weitere 2.000 Euro gehen an das Karl-Schreiner-Haus des Diakoniewerkes an der Schlossstraße in Beddingrade. Die Veranstalter haben einen Verein gegründet, den Gentleman Boxing Club. Damit will der Verein durch die Mitgliedsbeiträge und mit Veranstaltungen wie der Boxgala weitere Spenden für Kinder und Jugendliche sammeln. In mehreren Stadtteilen bei uns in Essen gab es am Abend noch einen größeren Stromausfall. Betroffen waren die Stadtteile Horst, Leite, Krei und Steele. Nach Angaben der Westnetz war ein kaputtes Kabel schuld. Ungefähr 3.000 Haushalte hatten von 17 Uhr ca. 1,5 Stunden keinen Strom. Und das war überregional wichtig. Wolfgang Schäuble ist tot. Der CDU-Politiker starb mit 81 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. In seiner politischen Laufbahn war er Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages. Niemand gehörte dem Parlament länger an als er. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Der Abend und die Nacht bei uns in Essen werden bewölkt mit leichtem Regen. In der Innenstadt liegt die Temperatur dann immer noch bei 9 bis 10 Grad. Morgen, am Donnerstag, ist es windig und bewölkt. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch vor starken Sturmböen. Es bleibt aber größtenteils trocken und das Ganze dann bei 12 Grad. Und das waren die wichtigsten Nachrichten des Tages. Alle aktuellen Meldungen findet ihr auch immer online auf radioessen.de. Die nächsten Nachrichten gibt es dann morgen früh ab 6 Uhr in der radioessen Frühschicht. Habt einen entspannten Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren radioessen Podcasts findet ihr auf radioessen.de. Und überall da, wo es Podcasts gibt.